Gehen wir aus seinem Schussfeld So, was machen wir da? Not enough action points Versuchen sie es mit dem Autoschuss Ja, er lebt noch Oder es oder So Okay, das ist schon mal weg Da ist eine Tür Also kann nur da was durchkommen Dann Ich sag, versuch Stelle ich einfach mal zwei Leute an die Türe Weil ich will meine Leute nicht so weit auseinander verteilen Achso Da lasse ich auch mal was stehen Und du kommst mal Genau, den kann man nicht da hinstellen Und so Ich stell mal so hin Und hier kommt man mit an die Front Oh Ach ne Oh Okay Okay so So Drauf da Jaha, drauf da Jaha, drauf da Jaha, drauf da Leg dich mit dem Besten an Und du stirbst für alle da Leg dich mit dem Besten an Messier auf den Besten und die Like der West, Baby Oder wie oder was oder wo oder wer So Hm 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 So So Da oben ist auch einer So Da oben ist auch einer So Damage Absurdet 33 Schaden Damage Absurdet Oh Oh Zwei 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 Line of fire Ja Aus 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 Ausspitzel Aus Böser Spitzel Böser Spitzel So Damage wurde absorbiert Damage wurde absorbiert mit 5 Schaden, Scheiße. Aha. Hm. No, Line of Fire. Interfierend Action Points. Toll, 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 toll. Damage wurde absorbiert. Puh. So, wie sieht es bei euch aus? Du bist schon fertig gemovt, du auch. Hm, 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 hm. Ich hoffe mal, dass da hinten nichts mehr kommt, ich hoffe es mal. Den einlasse ich aber nochmal da, falls da doch noch was angeschlichen kommt. Oh-oh. 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 Mmh, hm. No line of fire. No line of fire. Uiuiui, schwer verletzt. Ok, dann mach ich einfach mal so und hoffe, dass es um die Ecke kommt, dann kann man draufballern. Hast du ein Maidkit dabei? Ja, natürlich. So, dann... Ja... Dann gucken wir mal hier oben. Hmm? Hm, 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 hm. Hm? Hm, hm, hm. Da, 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 da. Hm, hm. Dich drehe ich mal kurz um. Falls das Vieh da rausgeflogen kommt. Okay, du drehst dich mal wieder um. So, hm, hm. Ah ja, genau, der sieht ihn. Ja, acht Schadenspunkte. 66, na, das hört sich schon besser an. Ach, was soll's, den holen wir auch da mit dazu. Was soll's, was soll's. So, dann, ah, da ist ein Türchen. Okay. Okay. So. Ah, den Raketenwerfer, den habe ich ganz vergessen. Toll, und jetzt haben wir nur mechanische Gichner. Und ich habe nur Betäubungsraketen dabei. Das ist ja blöd. Naja, aber der kann ja ein paar Leuchteffekte mit seiner Betäubungsrakete machen. So, Disco-Stormäßig. Disco-Inferno. Okay, da haben wir ein Türchen. So, du gucke mal in die Tür, oder? Hm, nix acht, dass noch eine Tür. Okay. Oh, verstecken sie sich. Wo? Hm, da haben wir noch einen. Wo ist der, wo ist der? Ah, ja, den schicken wir mal. Und der hat da, oder da. Hm. Das kann ich nächste Runde noch entscheiden, ob er jetzt da mit lang geht, oder da oben. Das schauen wir dann auch. Oh, ich habe eine Tür gehört. Eine Türe. So, dann gucken wir erstmal hier. Was haben wir denn in diesem Türchen? Oh, oh. No line of fire. Äh, huch. Der hat sich selbst getötet. Äh, ja. Das war natürlich, das war natürlich die Absicht geplant, um die Gegner zu verwirren. Das war, das war volle Absicht. Oh, scheiße, das Medkit ist leer. Medkit ist leer. Du hast doch bestimmt noch ein Medkit, genau. Oh, ja. Okay, da haben wir wieder ein Türchen. Ist das eine Tür? Da ist eine Tür, da ist eine Tür, da oben links ist auch noch eine Tür. Da ist anscheinend nichts. Schafft ihr jetzt mit der Chemocon dahin? Der wird nicht genug Reichweite zum Feuern haben. Oder? Naja, vielleicht klappt es ja auch so. Uiuiui. Naja, der hat nur 5 Schaden gemacht. 5. Sag mal, mit was schießen wir hier? Mit Watteplüsch... Poilpleu... War noch irgendjemand hier in der Nähe hin? Niemand denn. Ja. 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 Ja.